Es herrscht reger Andrang. Auch der Bürgermeister der Gemeinde möchte sich zu Wort melden. Das Jammern, wie er es nennt, wegen steigender Energiepreise, könne er oft nicht nachvollziehen. Es gibt wirklich Leute, die, wie jetzt gerade eine Dame mir angesprochen hat, was soll ich tun, wo ich gesagt habe, sie werden am wenigsten betroffen sein. Ich weiß ja auch, bei manchen auch das Einkommen, was natürlich niemand was angeht, aber das Einkommen sagt, es wird viele nicht wirklich treffen. Aber das heißt, nicht alle sind so arm wie es tun. Genau, der Meinung bin ich, dass das so wirklich ist. Man soll zur Ehrlichkeit gehen und soll dann mal bei sich selbst anfangen, was man einsparen kann und dann jammern. Das heißt, die Leute jammern zu viel Ihrer Meinung nach. Manche, manche. Nicht allgemein gesagt. Es gibt viele, die gar nicht jammern und denen es wirklich schlecht geht. Und die Mehrzahl, die jammert, denen geht es gar nicht so schlecht. Das ist meine Meinung, aber der Tag geht dazu. Die Meinung des Bürgermeisters vertritt hier sonst niemand, mit dem wir sprechen. Doch. Dass das nicht lässt. Vielen Dank.